Willkommen in der Welt meiner Wahrheit, meiner Schwingung und meiner Liebe. Zur Inspiration dieser Podcast nutze ich häufig Texte, die auf Spiritscape vorgetragen wurden. Viel Freude dabei! Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, jetzt muss ich einfach mal kurz so beschreiben, was am Freitag geschehen ist. Und zwar fing es an mit, das Internet ist weg. Das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, ab und zu hat man ja mal Ausfälle. Und da habe ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Hatte aber schon erwartet, dass es nach wenigen Minuten wieder da sein würde. War es aber nicht. Ja, gut, ihr kennt ja meinen Schlafrhythmus, der ist ein bisschen merkwürdig. Und dann habe ich meine Freizeit genutzt und mich erstmal hingelegt. Und dann bin ich wieder aufgewacht und habe gesehen, das Internet ist immer noch nicht da. Ich habe dann so ein bisschen rumgeturnt, habe auch mal einen alten Router dran gehängt, der eigentlich noch funktionieren müsste. Und es blieb beim gleichen Ergebnis kein Internet. Ja, gut, dann habe ich andere Dinge gemacht. Wobei, das stimmt gar nicht. Das nächste, was geschehen ist, ich habe in den Kühlschrank geschaut und das Licht ging nicht an. Jetzt habe ich gedacht, ist auch nicht so schlimm, ist halt das Licht ausgegangen beim Kühlschrank. Also wie gesagt, selbe Nacht. Dabei bleibt es jetzt auch. Also zumindest die gleichen 24 Stunden. Die selben 24 Stunden. Und dann habe ich halt gewartet, ob ich den Kühlschrank höre. Denn wenn das Licht ausgefallen ist, das bedeutet ja nicht unbedingt, dass der Rest des Kühlschranks noch funktioniert. Und tatsächlich, ich habe die Tür aufgelassen, hat der Kühlschrank keinen Mucks von sich gegeben. Und so musste ich annehmen, mein Kühlschrank ist kaputt. Und da ich unten im Erdgeschoss, also ich habe hier so eine Wohnung mit Hobbyraum, den Hobbyraum kann man per Wendeltreppe innerhalb der Wohnung erreichen. Also eigentlich wirklich süß, wie die Wohnung aufgebaut ist. Und habe dann den Inhalt des größeren Kühlschranks in den kleineren gestopft. Und den Inhalt des Tiefkühlfachs habe ich meine Gefriertruhe gegeben, die auch im Hobbyraum untergebracht ist. Gut, ich habe mir gedacht, ist ja merkwürdig. Also erstens kein Internet. Zweitens Kühlschrank kaputt. Gut, ja, also was soll das sein? Und da habe ich auch mal ganz kurz geguckt, im Sicherungskasten, ob ich da irgendwas gesehen habe. Also wenn die Sicherung rausfliegt, dann schaltet sie sicher nicht automatisch wieder ein. Und so war es auch. Alle Sicherungen waren in Ordnung. Und dann habe ich überlegt, soll ich den Kühlschrank jetzt abtauen? Soll ich die Gelegenheit nutzen? Muss ich mir einen neuen bestellen? Geht gerade nicht, ich habe kein Internet. Und dann kam ich auf die Idee, mir die Lampe des Kühlschranks mal genauer anzuschauen. Habe die eben dann rausgeschraubt und mir angeguckt. Und habe festgestellt, ah, alles klar, da sind Drähte dort, wo sie nicht hingehören. Das heißt, die Lampe ist durchgebrannt. Das hat jetzt aber noch nicht erklärt, warum der Kühlschrank kaputt ist. Und dann habe ich einfach nur der Ordnung halber die Verdeckung der Lampe wieder anbringen wollen. Und auf einmal höre ich, der Kühlschrank läuft wieder. Also scheinbar hat, das kombiniere ich jetzt mal so, die defekte Lampe des Kühlschranks einen Kurzschluss im Kühlschrank verursacht. Sodass, ja, der Kühlschrank gar nicht kaputt war, sondern eigentlich nur die Lampe. Fand ich gut. War jetzt nicht unbedingt etwas, was ich wollte, dass der Kühlschrank auch noch kaputt ist. Aber kein Problem. Dann habe ich die Zeit genutzt, habe trainiert. Und was ist geschehen? Am Trampolin ist eine Schlaufe abgerissen. Und zwar nicht die Gummis. Und das Trampolin ist gerade mal ein paar Monate alt. Nicht die Gummis, sondern eine Schlaufe des eigentlichen Sprungtuches, an dem die Gummis befestigt sind, die man austauschen kann. Aber wenn das Sprungtuch defekt ist, ja, dann ist das Trampolin eigentlich kaputt. Also wie gesagt, das sind ein paar Stunden jetzt. Ich nehme an, dass so zwei Uhr war. Ich habe trotzdem fertig trainiert, habe mein Zeug gemacht, habe auch Gitarre gespielt, habe mir dabei irgendeinen Quatsch im Fernsehen angesehen. Ich glaube, Law and Order, weil ich sonst nichts anderes sehen konnte. Ihr wisst ja, zum Gitarre spielen nutze ich dann oft einfach so ein bisschen den Fernseher. Und am besten etwas, wo nur gesprochen wird, wo keine Musik stattfindet. Und das war in dem Fall gegeben. Und am nächsten Morgen war ich früh wach, war auch neugierig, ob mein Internet wieder funktioniert. War aber nicht so. Da war es halt schon Samstag, aber es war erst so sechs Uhr. Also ich habe nicht viel geschlafen. Ich war natürlich ganz leicht, ja, traurig, dass ich Spiritscape nicht machen konnte. Und dass die Kommunikation mit meinen Leuten, mit denen ich zum Teil täglich, ja, mich austausche, auch nicht mehr möglich war. War einfach ein bisschen komisch. Habe aber gesagt, gut, ist ja nichts Ungewöhnliches. Hatte natürlich aber dann grob vor, dass ich mich mal bei jemandem melde, der mir da ein bisschen hilft, weil mein Handy ist nicht internetfähig. Das ist zwar ein Smartphone, aber ich habe ganz bewusst die mobile Internetfunktion ausschalten lassen. Also irgendwie tief in dem Untermenü. Ich kenne mich wirklich nicht gut aus mit Handys, weil ich es ja nur ein- und ausschalte. Nur kurz, um zu bestätigen, dass ich wirklich derjenige bin, der berechtigterweise zum Beispiel bei PayPal Zugriff hat. Ab und zu wollen die dann halt eben mir eine SMS schicken. Oder auch bei YouTube ist es so, dass ich so alle paar Monate mal gefragt werde, ob ich derjenige wirklich bin. Und dafür brauche ich ein Smartphone. Ich brauche da auch überhaupt eine Telefonnummer, um mich bei Telegram anzumelden und so weiter und so fort. Wenn das alles nicht gegeben wäre, hätte ich kein Handy. Ich finde das vollkommen unnötig, überall erreichbar zu sein. Abgesehen davon, ja, habe ich ja leicht reden. Ja, ich bin ja eh mehr daheim. Das kommt noch dazu. Und wie gesagt, es war 6 Uhr, da konnte ich noch niemanden erreichen. Oder besser gesagt, machte es keinen Sinn, da jemanden zu wecken. Wobei ich am Vorabend zumindest meine Energetikerin schon erreicht habe. Und wir dann gesagt haben, wir sprechen dann nochmal am Samstag. Weil es ist ja nur das Internet kurz ausgefallen und ich war der festen Überzeugung, dass die das schon regeln werden. Weil sie hatte mir noch genau am Freitag bestätigt, dass es größere Ausfallmeldungen in München, bei München, Münchner Umgebung gab. Unter anderem auch bei mir, sodass ich mich nicht gewundert habe, dass es mich auch erwischt hat. Und normalerweise, ja, bringen die das dann in den nächsten Stunden in Ordnung, wenn viele Leute auf einmal vom Internet abgeschnitten sind. Ja, wie gesagt, es war 6 Uhr morgens und noch konnte ich niemanden erreichen. Ich hatte kein Internet und habe dann entschieden, dass ich meine so ein bisschen lädierte Küche in Ordnung bringe. Da war nämlich folgendes, dass das Wasser nicht mehr gut abgelaufen ist. Und ich hatte das schon im Bad, ja, vor 1-2 Monaten in Ordnung gebracht. Ja, man muss einfach dann nur alles abschrauben und die Rohre mal durchpusten. Und das ist eine ziemliche Schweinerei, aber ich hatte gerade Zeit. Und habe das gemacht, habe alles in Ordnung gebracht, war alles wieder blitzeblank sauber, habe alles wieder installiert. Und Wasser läuft immer noch nicht ab. Und ich hatte mir vor 1-2 Jahren mal einen Wasserdruckreiniger gekauft und hatte mir vor Weihnachten, weil ich schon gewusst habe, ja, es könnte ein bisschen auch komplizierter sein, etwas längere Leitungen zu säubern, auch eine dementsprechende Verlängerung für dieses Gerät besorgt, sodass man Rohre reinigen kann. Also jetzt nicht professionell, aber ja, mit ein bisschen Wasserdruck. Und das habe ich dann auch in dem Abflussrohr probiert, weil es lag nur noch daran, alles ist abgelaufen bis zum Abflussrohr. Und schon beim Hineingeben des Schlauches, der, ja gut, der wäre jetzt wirklich, glaube ich, knapp 20 Meter lang gewesen. So viel hat es nicht gebraucht. Aber bin ich schon nach wenigen Zentimetern hängen geblieben, konnte aber dann mit ein bisschen Druck auch hindurchstechen durch was immer da im Weg war und habe angenommen erst mal, ja gut, jetzt müsste es ja wieder ablaufen, habe es probiert, ging immer noch nicht. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich die Sauerei, habe den Gartenanschluss benutzt mit dem Gartenschlauch, habe das Gerät angeschlossen und dann konnte ich mit einem ordentlichen Wasserdruck versuchen, dieses Rohr freizulegen. Ich habe dann alles gegeben und weil das Wasser immer wieder zurückgeflossen ist, also egal wie weit ich den Schlauch da hineingegeben habe, das Wasser ist nicht abgeflossen, sondern es ist in meine Küche geflossen. Ja, und so ein Wasserhochdruckreiniger, der haut in einer kurzen Zeit sehr viel Wasser raus. Das war nicht wirklich lustig und somit musste ich immer wieder dafür sorgen, dass die Küche nicht komplett überschwemmt ist und es vielleicht noch ins Wohnzimmer rüberschwappt, aufs Parkett, das dann kaputt gegangen wäre. Ja gut, so gut in Schuss ist es auch nicht mehr, aber ja, ich will mir da auch nichts zu schulden kommen lassen und habe aber mein Bestes gegeben, das Ganze hat so drei, vier Stunden gedauert und es hat nichts geholfen. Jetzt fließt das Wasser gar nicht mehr ab, hat es aber vorher schon auch richtig schlecht, also konnte man eigentlich vergessen und ich kann mein Waschbecken in der Küche gar nicht benutzen. Jetzt haben wir vier Sachen. Ja, erstens Internet, zweitens Kühlschranklampe, drittens Trampolinschlaufe, viertens Wasserabfluss. Wasserabfluss könnte man auch sagen, gut, das Internet hat dazu geführt, weil ich ja die Zeit hatte, hätte ich Internet gehabt, hätte ich das vielleicht erst, ja, in der nächsten Woche gemacht. Aber die Synchronicitäten sind ja schon gewaltig, ja. Und als ich dann, ja, am Vormittag mit meiner Energetikerin gesprochen habe und ihr das alles so erzählt habe, hat sie gesagt, ja, das ist aber schon krass, ja. Im Laufe des Tages hat sie dann auch gesagt, ja, die geistige Welt sagt, weil sie eben auch mittlerweile sehr medial ist, also das Mädel ist da echt auf einem super Weg und sie sagt, die geistige Welt sagt mir, du wirst herausfinden, woran es liegt. Und ich habe ja mit meiner Körperintelligenz auch schon einiges abgefragt, aber ich bin da nicht so wirklich auf einen grünen Zweig gekommen. Ich habe dann erfahren, wenn ich wieder online bin, dann werde ich es herausfinden. So, jetzt bin ich wieder online, ich habe es aber nicht herausgefunden. Ich kann nur noch sagen, dass ich mit jemandem Kontakt hatte, dem ich helfen konnte, das Thema loslassen und Gefühle besser zu durchleuchten. Und wir hätten vermutlich nicht so viel telefoniert, hätte ich einen ganz normalen Arbeitsablauf gehabt, auch am Wochenende, meine Tage sind eh immer die gleichen, ja. Also, ja, genau, noch eine geniale Synchronicität. Am Samstag hätte es vielleicht noch die Möglichkeit gegeben, dass mir irgendjemand hilft oder dass ich irgendwas kaufen hätte können, aber Samstag war bei uns Feiertag, ja. Das heißt, ich hatte ein langes Wochenende für mich, ja. Ich habe es aber nicht so effektiv genutzt, wie man es sich vorstellen könnte. Ich habe zwar trainiert und Gitarre gespielt, aber ansonsten habe ich viel in der Bude aufgeräumt und rumgeräumt, weil ich ja viel Zeit hatte, ja. Mein Arbeitstag ist ja sozusagen ausgefallen, also Spiritscape ist ausgefallen. Da hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Und da ist dann aber nichts Schlimmes mehr passiert, ja. Aber die vier Sachen haben mir ja gereicht, ja. Ich muss mal kurz gucken, ob es vielleicht noch mehr gab. Ich habe es nämlich aufgeschrieben. Nee, das war es dann. Das waren eben diese vier Sachen. Aber ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Also, oder ging. Und obwohl ich im Eurojackpot die 120 Millionen anvisiert hatte, habe ich die auch nicht bekommen. Ja, das wäre ein witziger Überraschung gewesen. Du schaltest am Dienstag den Computer wieder ein und bist auf einmal 120-facher Millionär. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, ja. Aber so war es nicht. Ich hatte viele Sachen abgefragt, ob es die sein können oder wie ich mich verhalten soll. Zum einen sollte ich meine Nachbarn nicht um Hilfe bitten. Ich hätte ja fragen können, ob ich nicht ihr Internet benutzen kann. Und das sollte ich nicht. Zum anderen war auch die erste Idee, die ich hatte, aber es war eine Idee. Es war kein intuitiver Gedanke. Dass es mit der Wohnung zu tun hat. Ja, weil ich kam mir auf einmal hier sehr unwillkommen vor. Internet weg, Kühlschrank, Abfluss, Trampolin. Ich fand es zu viel. Ich fand es sehr auffällig. Also, wenn solche Sachen gehäuft sind, dann ist das ein Zeichen. Dann ist das eine Synchronicität, die man beachten sollte. Und ich habe auch gefragt, ob ich jetzt versuchen sollte, doch noch irgendwie zu arbeiten. Ich hatte sowieso einen kleinen Gedankenfehler, weil ich gedacht habe, ja gut, vorlesen kann ich ja auch offline. Aber die Texte sind ja online. Da hätte ich mich schwer getan, an die Texte zu kommen. Weil klar, man hätte auch überlegen können, geht man ins Internetcafé, zum schnellen Hochladen wäre das schon gegangen. Aber ich hätte ja ins Internetcafé gehen müssen und mir die Texte ausdrucken müssen, dann arbeiten und dann wieder ins Internetcafé, um dann die Videos hochzuladen. Und das sollte ich eben auch nicht machen. Also ging es schon darum, dass ich nicht arbeite. Was immer das auch dann bedeutet, da bin ich eben noch nicht weiter. Was daraus entstehen sollte. Falsch gemacht habe ich nichts. Da habe ich auch gefragt. Also diese Zeit habe ich rumgebracht. Am Dienstag, gleich in der Früh, kam dann auch der Techniker von der Telekom. Montag gab es keinen Termin mehr. Und die Sache hat dann nur 20 Minuten gedauert. In meiner Wohnung war es sowieso nicht. Da war er viel zu lange. Dann ist er an ihren Verteiler gegangen und konnte das dann eben von außen in Ordnung bringen. Aber seither weiß ich nicht, worum es ging. Und gestern sollte ich aber keinen Podcast machen, weil ich natürlich auch schon überlegt hatte, ja gut, das erzähle ich euch mal gleich, was bei mir so los ist. Und eine Freundin von mir hatte ich auch gebeten, auf Telegram Bescheid zu geben, dass ich kein Internet habe und dass das ein bisschen dauern kann, ja. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie lange es wirklich dauern wird. Mir war nur wichtig, dass grundsätzlich, wenn man sich interessiert, dann hätte man es herausfinden können, weil mein Telegram-Kanal ja auch relativ bekannt ist. Und jetzt stehe ich immer noch so ein bisschen da und weiß nicht, worum es ging, ja. Ich will jetzt auch nicht unbedingt von euch eine Antwort hören, eine Interpretation. Ich kann es euch nicht sagen, ja. Ich warte mal ab. Es ist ja noch relativ frisch. Es kann noch was reinkommen dazu. Was ich interessant fand, Daniel hat wirklich am 9.1., also gestern, seit drei Wochen zum ersten Mal wieder ein Channeling veröffentlicht. Das war ein interessantes Timing. Und was ist noch geschehen? Am Sonntag ist Franz Beckenbauer gestorben, ja. Als FC Bayern-Sympathisant und langjähriger Fußballinteressierter ist das auf jeden Fall auch eine spannende Synchronicität, die vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun hat, aber ich bin dann eben aufmerksam gewesen, was so um mich rum auch geschieht im Außen, was ich vielleicht verpasst habe oder was dann genau, als ich wieder online war, auch online war, eben die Channelings von Daniel Scranton. Aber ansonsten war nichts Auffälliges. Was ganz angenehm war, ich hatte erst gedacht, dass sich viele Menschen melden, wo ich denn wäre, aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich habe keine zusätzlichen E-Mails bekommen, ich habe keine Telegram-Nachrichten bekommen von Freunden, Bekannten und Internetbekannten, sage ich jetzt mal. Manche haben es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen oder registriert. Das letzte Mal, als ich so lange nicht für Spiritscape tätig war, da war ich im Gefängnis. Das war 2019. Also, ein bisschen merkwürdig ist das schon, ja. Aber es hat nichts mit Spiritscape zu tun, es hat nichts mit den Podcasts zu tun, es hat nichts mit Musik zu tun, es hat auch nichts mit der Wohnung zu tun. Und ja, ich bin überfragt, ein bisschen überfragt. Heute durfte ich ja den Podcast machen, habe ich auch nachgefragt. Aber ich habe natürlich gehofft, dass ich euch auch eine Lösung präsentieren kann oder einen Grund oder was auch immer. Irgendetwas. Aber nichts. Nix. Ich kann nur sagen, dass ich das Ganze mit sehr viel Geduld ertragen habe und mit einigem Stirnrunzeln, weil die Synchronicitäten halt so heftig waren. Weil diese vier Katastrophen, in Anführungsstrichen, oder Auffälligkeiten, die Katastrophe ist ja was ganz anderes, aber diese vier Auffälligkeiten, innerhalb von wenigen Stunden geschehen sind. Am frühen Abend fiel das Internet aus und morgens um 8 oder 9 Uhr war mir klar, dass ich das Wasser nicht zum Fließen bringen werde in der Küche und dazwischen waren eben die anderen zwei Sachen. Ganz in Ordnung ist ja noch nicht alles. Mal abgesehen davon, dass ich noch keine neue Kühlschranklampe habe. Die habe ich bestellt, aber die ist noch nicht da. Und ich versuche mal, das Trampolin selbst zu reparieren mit einem relativ reißsicheren, reißfesten Faden. Dann versuche ich diese Schlaufe wieder anzunähen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Meine Energetikerin hat dazu eine andere Meinung. Oder zumindest hat sie sich gewundert, dass ich das probiere. Und die Handwerker sind zwar angeblich bestellt, aber die haben sich bei mir noch nicht wegen eines Termins gemeldet. Bis dahin kann ich halt die Küche nicht verwenden. Und vielleicht gebe ich bis dahin auch noch die Zeit, so kam das zumindest jetzt gerade rein, dass ich rausfinde, woran es liegt. Ich brauche auch zum ersten Mal in dieser Wohnung Hilfe. Obwohl, das stimmt nicht ganz, aber da sind sie selber schuld. Die haben hier mal Rauchmelder installiert. Und das ist das größte Klump, das man sich vorstellen kann. Denn die haben ständig Fehlalarm. Oder Fehlalarm ist es gar nicht so eine Batteriewarnung. Man kann aber die Batterien gar nicht austauschen. Das ist absichtlich so vom Hersteller geplant gewesen. Damit die Anlagen, die installiert werden, natürlich viel wartungsintensiver sind. Ansonsten könnte der Mieter ja selbst die Batterien auswechseln. Was ich natürlich auch machen würde, da sind auch die geringen Kosten, die da anfallen, sind mir komplett egal. Das ist mir wurscht. Hauptsache, ich werde nicht in der Nacht von irgendeinem Geräusch geweckt, von irgendeinem lauten Tuten der Rauchmelder. Und das habe ich auch noch in der Wohnung. Also in der Wohnung sind es ein paar Sachen. Die Toilettenspülung ist schon länger ein Problem. Ich habe zwei-, dreimal den Spülkasten gereinigt, entkalkt. Aber jetzt ist Ende Gelände. Jetzt zirpt es immer, nachdem ich gespült habe. Und dann muss man innen einen kleinen Druck ausüben, damit dieses relativ laute Geräusch dann weg ist. Aber dafür muss man den Spülkasten immer offen haben. Und das ist ja auch keine Lösung für die Ewigkeit. Und weil jetzt eben das Wasser in der Küche nicht mehr abfließt, lasse ich die anderen Sachen auch gleichzeitig erledigen. Dann ist es dann auch in Ordnung. Also, ja. Was habt ihr so gemacht am Wochenende? Ich habe das Gefühl, ich habe nur Quatsch gemacht. Ja, und ein Angriff der Dunkeln, das ist es auch nicht. Ja, also auch da, das klingt ja immer so spektakulär. Oh, ich werde angegriffen, ich bin ganz wichtig. Nee. Nein, das war von der geistigen Welt und natürlich von mir, von meinem höheren Selbst, vielleicht sogar von meinem höchsten Selbst, arrangiert. Und ich und mein nächsthöheres Selbst vielleicht auch noch, haben keine Ahnung. Naja, doch, das weiß ich schon, aber ja, es kommt halt bei mir hier in meinem Tagesbewusstsein nicht an, die Information. Und ich finde es schade. Aber vielleicht ist es auch eine Überraschung. Ich hatte ja auch vor Weihnachten noch euch dieses Channeling zur Verfügung gestellt, über das ich auch einen Podcast gemacht habe, dass 2024 positive Überraschungen in mein Leben treten werden. Und ich habe das wirklich sehr auch mit Humor genommen. und nicht nur Geduld war gefragt, sondern ich fand es auch dann irgendwann furchtbar witzig, weil diese ganzen Sachen geschehen. Aber ich fand es schade, dass es dann nicht so klar war und die geistige Welt dann wieder mal kryptisch einfach nur mir indirekt mitteilen lässt, du wirst schon wissen, worum es geht. Ja, übe dich in Geduld. Ja, und manche sind ja in Sorge, dass es bei diesen Podcasts immer mehr nur um Privates gehen wird. Aber ich kann das nicht steuern. Ich kann nur darüber sprechen, was mich inspiriert zu sprechen. Und im Intro hört ihr ja, dass ich angenommen habe, dass ich relativ häufig und sehr oft kleine Textanalysen ja anbieten werde zu aktuellen Channelings. Aber momentan, seit Weihnachten bei meinen Eltern gestaltet es sich halt so. Ich muss mal abwarten. Ich habe immer noch vor, alle zwei Tage in den Podcast zu machen. Und die Menschen müssen auch keine Angst haben, dass sie hier was verpassen. Man muss sich die Podcasts ja nicht zu Gemüte führen. Und ich lasse dem Ganzen einfach freien Lauf und gucke mal, wo mich das und vielleicht auch uns hinführen wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Weil es auch kurz vor dem Internet ausfallen, so sage ich mal, so ein paar Nachrichten gab, die darauf hinweisen, dass Menschen es schade finden, dass die Gewichtung so ein bisschen Richtung Podcasts geht. Aber da habe ich ja auch schon ganz kurz im letzten Podcast darauf Bezug genommen. Und dabei will ich es mal belassen. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf übermorgen. Haut rein. Bis dann. Ciao. Servus. Liebe Grüße. Euer Wolfgang. Wir... ... Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018